Liebe Karneval-Freunde, der Pinnerner Rosenmontag-Zug wird jetzt in wenigen Sekunden starten. Es werden wieder über 1400 Karnevalisten hier da sein, die mit uns heute Rosenmontag feiern. Die Witze-Mann feiern in diesem Jahr 7x11 Jahre bestehen. Wir hatten uns das Motto ausgedacht, wir Leute, die korte knallen. Das haben wir bis jetzt gemacht in der Session und der Höhepunkt soll natürlich heute unser Rosenmontag-Zug sein. Und es freut uns ganz besonders, dass wir sehen, dass ihr alle so zahlreiche Erschiedene seid, um das mit uns zu feiern. Wir haben hinten die Wagen und Gruppen schon mal gutachtet, es wird ein farbenfroher Rosenmontag-Zug wieder durch Solonstraßen ziehen. Lasst euch überraschen und ich werde euch die einzelnen Gruppen vorstellen. Angeführt wird der Rosenmontag-Zug natürlich wieder von der Freiwilligen Feuerwehr, die heute für die Sicherheit ihren Zümern zuständig ist. Traditionell sind Sie dabei, das Kondorf-Kohort Kreuzfahrt. Herzlich Willkommen! In diesem Jahr mit Vorianntagen. Ebenfalls angeführt wird der Zug von unserem Zugleiter Christian Schürmann, der mich dafür eingesetzt hat, dass dieser Zug so zusammengestellt wird. Vielen Dank! Als nächste Gruppe sehen wir die Clowns vom KKS, die schon über viele Jahre bei uns beim Rosenmontag-Zug dabei sind. Und nicht nur beim Rosenmontag-Zug, sondern auch bei der Kindersitzung, wo sie sich bereit erklären, den Ticken-Dienst zu übernehmen. Vielen, vielen Dank den Damen vom KKS! Und ob die KKS-Dames, Roper natürlich auch den Lieberkamp-Dietröller! KKS-Dames! Danke schön! Danke schön! Danke! 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 Hier sind sie, aus Wehr angereist, die Wehrer-Jecke als Gärtner und Zwerge. Ich glaube, Senioren brauchen wir nicht dabei zu schreiben, ihr seid keine Senioren. Also vielen Dank, dass ihr hier seid und ob ich natürlich Ohren rieferkräftig wäre, fast zu laufen. Schön zu sehen, eine Truppe mit vielen Nachwuchskarnevalisten. Dankeschön. Ja, das ist ein großes Thema. Wo bringen wir unsere Kinder unter? Ja, wir sind in der Selbstpart. Aus Süßenseele angereist, die Astronauten der Gleichheit und ich heiße ganz, ganz recht herzlich hier in Zwerdorn. Willkommen. Die Luftfahrt aus Uffensee, wir grüßen die Sitzungen aus Zwerdorn. Hier ist Julian den Ersten, der Sitz in Lena mit einem Eifern. Zwerdorn! Ja! Süßenseele! Ja! Astronauten! Ja! Wir wünschen euch viele schöne Jekke, so fest, die Sprache und Rassenprache. Herzlich willkommen den Karnevalshühnern und Family aus Bockes. Bockesmeets. Welterschied Spockets, herzlichen Willkommen hier in Tudor und auch die Gruppe der Telefonie sind natürlich in den Oberkettin Tudor, Spockets, Selbstmann, Dankeschön, dass ihr hier seid. Als nächstes sehen wir die Gruppe Schmisch. Herzlich Willkommen und auf euch rufen natürlich auch unsere Treiber Kerstin Tudor, Nachwuchs. Das ist die Fußgruppe Sockes Bande, ehemals Briefe von Felix, jetzt wir sind die Maus. Und auf euch rufen natürlich auch unsere Treiber Kerstin Tudor, Sockes Bande, Garnemals. Meine Damen und Herren. Und auf euch rufen natürlich auch unsere Treiber Kerstin Tudor. Und auf euch rufen natürlich auch unsere Treiber Kerstin Tudor. Und auf euch rufen natürlich auch unsere Treiber Kerstin Tudor. Und auf euch rufen natürlich auch unsere Treiber Kerstin Tudor. und auf euch rufen das letzte Mal am Brüstel für Karneval im Tudor an. Herzlich Willkommen den Kamerakräumen des Westen, die heute zum Thema Trafunzel da sind. Was macht sich das denn so? So, ich hab gerade gesagt, du kommst da sitzen rein. Das ist ja nur ein bisschen Zeit, kurz. Ja, der Niklas war wieder zu früh. War typisch. Niklas ist immer so zu früh gekommen, weißt du? Null oder hundert. Null oder hundert. So, KDW, jetzt mal richtig hier. Null oder hundert, ja? Null oder hundert. Alles ohne Null. Richtig, nur. Null oder hundert. Null oder hundert. Null oder hundert. Alles gar nicht stets. Null oder hundert. Alles ohne Null. Alles ohne Null. Jetzt! Und ich heiße Sie ganz herzlich willkommen. Unsere Freunde vom SKVO Chopperse. Herzlich willkommen hier in Tönon beim Rote Montagszug. Sie sind angereist mit Ihrem Prinzessin Malou. Herzlich willkommen. Eine ganz intensive Freundschaft verbindet diese beiden Vereine. Sie lassen jetzt schon seit 23 Jahren und wir machen das so. Wenn mal ein Elferrad fehlt, dann ergänzen wir uns. Entschuldigung und zockern. Das klappt. Wir sind nicht in der Mitte. Und wir haben ein ganz süßes. Wir sind nicht nur, jetzt liebst es. Und wir schrauben können das Prinzessin Malou. Und Leder mit einem Vorderflaster. Und Leder mit einem Piper-Fraft. Schauen wir mal! Leder! Schauen wir mal! Gruß! Seit vielen Jahren bei uns hier, Tüter, zu Gast aus Havert, die Clowns. Herzlich Willkommen, ihr Freunde aus Havert, Zirkus, Steinig, Klusen, verzeihend an alle einen Kuss. Und auf, ich rufe natürlich auch, oder drüber kräftig. Havert! Bastelhofen, Havert! Dankeschön, mag ich Ihnen einen schönen Tag hier, Tüter. Wir sind seit vielen Jahren bei uns hier, Tüter, zu Gast von Havert, Zirkus, Steinig, Klusen, und bei uns hier, Tüter, zu Gast von Havert, Zirkus! Ich bin sehr, 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 sehr. Musik Da sind sie, die Damen Ü60 zum Thema, wo bleibt die Zeit? Sieben mal elf Jahre Hitzemann, wo ist die Zeit geblieben? Wo war die auf unserem alten schönen Saal? Zum Thema, Disney ist oben, heiße mir die Karnevalsfreunde aus Schwerwerwer, herzlich willkommen. Schön, dass ihr den Weg nach Töttern gefunden habt. Und auf euch hunden natürlich gute Trieferkräfte. Schwerwerwer, Disney ist oben, Karneval, magt nicht viel Spaß, sie ist Tötter und feiert ein wenig mit uns Karneval. Danke. Schwerwerwer, Disney ist oben, krieg mir Dalsdruck. Schenk mir, Dalsdruck, nicht schenk jemand, nur die Liebe zählen. Ich bleib' dich ab, ich bleib' dir ewig treu. In Zweifel hab' ich immer Zeitschlüssel dabei. Schenk mir ein Nacht ein ganzes Herz und bleib bei dir, dann schenk ich dir ein ganzes Herz und zeige dir, was mir gefällt. Ja, wir begrüßen unseren lieben Freunde aus Tölern und vielen lieben Dank, dass wir heute an eurem Wunder schön umzuteiligen können. Der Schrohrer Kampersmann freut sich auf euch in der vollen Rechnung zu, bedankt euch für eure drei vollkräftigen Tölern, Willsemann, Heggeschwörfer. Da sind sie, Mario und Luigi, die Freunde Oak Langbrook, die heute mit uns feiern. Herzlich willkommen hier in Tölern. Ich habe gehört, ihr hattet am Samstag einen ganz ganz tollen Umzug. Das war schön zu hören, dass man so feiern kann, wie ihr das macht. Wir waren ja auf der Sitzung, das war ebenfalls genial. Danke, dass ihr hier seid und auf die Wunder Langbrookruppe und gute Drehverkräftig Langbrook. Fast gelaufen. Herzlich willkommen den Freunden der alten Schule aus Höhenli, die schon seit Jahrzehnten mit uns hier beim Rosenmontag sind. Und man muss jetzt mal was über Höhenli sagen. Der Karneval in Höhenli entwickelt sich jedes Jahr mehr. Und das, was die IG Höhenli oder Karneval macht, das ist ganz, ganz toll. Und auf die Früchte und Höhenli in Europa natürlich gute Drehverkräftig. Höhenli! Karneval! Höhenli! Macht's weiter so in Höhenli. Steht auf die Folge! Hört Judah und Freunden! Chaht ein Hallo! Was die Träte! B totallyória! Hört sich auf das Wild und Korn. Nehmt die Hört sich auf die Fest. Árt einarloben. Da sind sie, der Kegelklub. Im vergangenen Jahr war ihr Audensträger, in diesem Jahr geht ihr als Ritter am Großen Montagsgut mit und das ist schon seit vielen Jahren so, dass ihr dabei seid. Oh ja, mit einem großen Mann, aber jetzt ist es so schön. Und das ist ganz, ganz toll, dass ihr viele Kinder dabei habt und das ist schön. Wir begrüßen natürlich auch unser Ziffer. Das muss man eben ausmachen, sonst versteht man eigenes Wort nicht. Julian, hast du schönes Wetter bestellt, aber ich glaube, da warst du gar nicht. Das ist aber Lena. Lena ist bei euch, ich bin ja schön, dazu ständig. Auf unserer Britte, mal rufe natürlich aus, verdreht man kräftig. Mit Julian, mit Tessa Lena. Schöner auch zu euch. Ich fahre auf der Zitternerstraße, fahre ich einmal mit euch. Ihr habt auch einen neuen dabei, aber der seht wir nicht. Auf die zwei Fahrradfahrer rufen natürlich auch aus der Dreifachricht. Toto! Fahrradfahrer klauen. Hier sind sie Helene Fischer. Ihr sollt einmal winken auf euch natürlich, Drehvankräftig Fischer. Karneval Döderer Einen Ein Ein Ach, du Nobel Sag, das am destroying Wie schwierig jetzt auch Ich Auf Link mit dir und dich und ich Und dein Ziel eben noch Ja, ja, ja Ich letzte mal Dort anton Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020